Ja, willkommen zurück. Part 2. Wir haben vorhin den Interloot genossen und jetzt geht's einfach mal direkt weiter mit Kapitel 1. Standard. Mal sehen, wie lange der Spaß dauert. Oh, ein anderes Intro. Okay. Das kennen wir, glaube ich, schon aus der Demo. Oh, hoffentlich ist das jetzt nicht der erste Level. Ich bin ein bisschen lame, das nochmal durchzuspielen, aber okay. 63. Ah ja. Ach, das ist der Detective, ähm, den wir suchen müssen. Und dieser Detective, das war der aus dem Interloot bestimmt. Das kann ich mir vorstellen. Also im ganzen Land verschwinden also Leute. Und wir sind, ah ja, der Typ mit der Mauser. Nicht der Luger, sondern der Mauser. Ja. Grüße gehen raus. Aber die Kotisten sind auch schon hinter uns her. Okay, let's go. Ja, The Grave. Okay. Das kennen wir ja schon aus der Demo. Dann werde ich mich ein bisschen beeilen. Aber vielleicht ist ja auch einiges anders als in der Demo. Ja, okay. Moment. Kurz Luki-Luki machen. Ja, er nimmt noch auf. Okidoki. Ja, das kennen wir ja schon aus der... Hier gab es in der Demo eine Check-Funktion. Egal. Hier ist... Oh, doch, keine Axt. Ah, doch, jetzt ist die Axt hier drin. Ah, okay. Es ist einiges anders. Okay. Ja, der Himmel ist auch anders. Ja, es ist einiges anders als in der Demo. Das ist gut. Wir nehmen das mal mit. Zack. The Truck is still running. Where did everyone go? Bingo. Nein! Where did everyone go? Bingo. Oh, Resident Evil 4. Lass grüßen, ne? Ja, er hat immer noch gefeiert. Und stumpf. Resi 4 Referenz. Nix. Okay, nix. Geht auch nicht auf. Ja, alles klassisch. Dann... Machen wir mal. Kennt man ja noch. Ratsch. Hm. Ja. Also, die Mauser. Wink, wink. Da steht da dasselbe drin. Ja. Ja. Okay. Ach, okay. Je mehr ich hier drücke, desto mehr steht unten noch. Okay, das ist ja witzig. Oh, das ist ein Blumin. Naja, okay. Also, den Beamten, den wir suchen. Junge, kann der hochspringen, wenn ich da jetzt ein Fass hinpacke? Kann ich da einen Stuhl hinstellen, dass ich da hoch kann? Ey. Warte mal. Unfähigkeit, ey. Ne, keine Chance. Okay. Ja, das kennen wir ja noch. Hier kommt auch gleich einer. Nummer 1. Nummer 2. Hä? Ja, ich gehe das jetzt mal schnell durch. Wer das hier noch nicht kennt, der kann ja einfach mal die Demo schauen bei mir am Kanal. Har har. So, mitnehmen. Ach, das war hier, ne? Waffenteile. Waffenteile. Okay. Ja, ich beeile mich mal ein bisschen. Hier noch irgendwas. Munition, genau. So, hier noch schnell die Tür mit. Beeile er sich, beeile er sich. Noch Parts. Na, da geht's ja nach draußen. Oh, da muss ich ja wieder in die Fleischgrube. Hier habe ich irgendwie kein Secret gefunden. Ich meine, dahinter was zu sehen. Aber irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich was ist oder nicht. Nö, keine Ahnung, was hier ist. Irgendwie raus oder so? Ne. Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Hm. Nun gut. Okay, die halten weitaus viel mehr. Weitaus. Weit viel mehr aus hier. So, ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ich hatte gerade Kaffee. Und bin ein bisschen jittery. So. Also, das Pathfinding ist besser geworden bei den Dudes. Geht nicht auf. Augen. Augi, Augo. Medikit. Ach, das ist... Ach so, das ist ein Medikit. Ah. Jetzt erkenne ich's. Waffenteile. Muni. Okay. Nice. Geh ich jetzt oben lang? Das kann man noch wegmachen. Das kann man noch wegmachen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Ich grade mal ab. Ja, da wir uns jetzt auch im Hauptspiel befinden, ähm... Wenn ich jetzt genug Waffenteile gefunden habe wieder, werde ich auf jeden Fall wieder hier hinkommen. Was? Wie viel Uhr vier? Schweinerei. Und, äh, hinkommen und, äh, mal wieder mehr upgraden. Dann gehen wir hier lang. Hello, Boys. Apropos Boys. Äh, übermorgen... Oder in dem... Ja, doch, einen Tag... Ja, übermorgen fangen sie Boys an. Da freu ich mich auch schon wieder sehr drauf. Vierte Staffel. Ich denke, ich werde so... Ab Mitte der dritten wieder mal einsteigen. Dass man wieder drinnen ist, so. Was haltet ihr von The Boys? Guckt ihr das gerne? Ich feier's schon ziemlich hart. Hui. So. Hm. Musik hätten so ein bisschen... Ach, kommt vielleicht noch. Ja, ist doch erst der Start, ne? Äh, schade, dass es erst, äh, Kapitel 1 ist. Dass die anderen noch folgen. Und das ist vor allen Dingen richtig schade, dass man die noch wieder extra kaufen muss. Also, ich hätte lieber ein ganzes, komplettes Spiel mit mehreren Kapiteln gehabt. Aha. Diesmal mache ich das nicht. Ähm. Aber, naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Das ist nochmal die Zeit, in der wir so leben. Oh, warte mal. Ne, das war das Midi-Pack. Hö, äh, oh. Oh, Crouch Jump damals, ne? Hölle, ich sag nur Half-Life 1. Aber kann ich mal... So, jetzt aber. Ist dir denn diesmal nix drin? Wieder nix? Ich gucke einfach mal nach. Ulu. Okay. Äh, nachladen. Hm. Du blöd. Oh. Oh. Diesmal nix. Kartoffel. Was ist das denn? Oh, das ist neu. Christopher Holloway, I'm a private investigator. Looking into the disappearance of Caitlin Sullivan and the request of parents. Was war das für ein Geräusch? Liegt hier noch was? Nein, okay. Also, der Investigator. Ähm. In a personal journal, if you find this, something has likely happened to me. Deliver these notes to the authorities. Caitlin's folks thinks she's just run off. Mr. Sullivan had been suspicious of the closed door gatherings taking place at the community center. In his words, it has to be Satanist. He swears as he hears Shantin coming from the meeting room. If he's ever in the building late at night. It's a long shot. But the timing does fit. I'm going to see if I can't get an invite to one of these meetings. Ah, okay. Okay. Ja, logisch. Kultisten halt. Kultigeisten. Das ist doch einiges anders als in der Demo. Das freut mich. Das freut mich. Weil sonst wäre es doch langweilig gewesen. Das ist doch ein bisschen Armor. Gucken wir erst mal hier hinten. Mein Freund, der Baum ist auch wieder da. Treehugger-Style. Ja, sein Freund war der Baum jedenfalls nicht. So. Was haben wir hier noch? Hä? Hä? Warum sind hier denn Fliegengeräusche? Hier sind doch gar keine Leichen. Okay. Was ich gleich auf jeden Fall machen werde ist... Na gut, hier sind nur die, ne? Ja, bestimmt irgendwas bespüren, ne? Ich würde auf jeden Fall erst mal save'n hier. So. Dann gucken wir mal. Diesmal gehe ich, glaube ich, direkt die Straße hoch. Ja, diesmal mache ich das andersrum. Bisschen Abwechslung. Hallo. Oh, Schwester. Null Schuss. Goddammit. Ja, soviel zum. Ich gehe da nochmal hoch. Oh, oh, ja. Okay, danke. Hallo, mein Freund. Naja, die ist ja anders, ne? Ist ja nicht die coole Pumpgun aus dem Interlude gerade. Gehe ich jetzt lang? Wo gehe ich jetzt lang? Hier gab es Supplies. Das weiß ich noch. Da sind auch welche im Camp. Äh... Was ist hier noch was drunter? Aha. Mhm. Secret. Ach, das war ein Secret, was ich verpasst habe. Ja, mal gucken, ob ich jetzt alle elf kriege aus der Demo. Ich gehe mal hier rein. So. Bro. Klapp mal durch. Ah, ja. Der Klassiker. Kannst du auch noch was? Da ist noch einer. Da haben wir einen. Da oben ist noch einer. Da oben ist auch noch einer. Schön mit dem Repetierer hier eins ins Gesicht. Ist hier noch was für mich? Danke, 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 danke. Dann können wir mal durchladen. Oh, nur noch zwei Schuss. Okay. Back to the Mauser. Von hier oben hätte ich die auch gut nehmen können, ne? Egal. Aber ich wollte die Straße hoch, ne? Eigentlich. Noch irgendwas Schönes. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ja, Grady, vielen Dank für den Tipp nochmal. Auch wenn du mir jetzt keine mehr geben darfst, weil ich alles selber erkunden möchte. Aber ich werde mal 50 Mal dieses dämliche Pixelzelt anklicken. Bei dem Easter Egg. Wenn es da noch sein sollte. Und dann schauen wir mal. Und ich gehe jetzt die Straße hoch. Mein 80 Schuss soll ich das schaffen. Und vor allen Dingen. Und wir speichern. So. Hey, Guys. Erstmal schön die Suppe trinken hier. Die gute Suppe. Hier sind noch Mollys. Sehr schön. Ich habe immer Angst, dir in der Natur was zu verpassen. Aber irgendwie. Hier sind noch Leute. Ja, bis dahin war ich ja gerade. Okay. Ist irgendwas hinter? Nee. Okay. Hier ist die Axt gerade abgewehrt mit der Patrone. Okay, nice. Das hat sich angeboten. Hier ist uns nichts. Ach, das ist auch neu. Hängt einer dran? Ich sollte da wahrscheinlich nicht reingehen. Da bist du ja, du Bastard. Eine down. Gucken, ob da was anders ist. Diesmal. Ah, da oben. Baumi, hilf mir. Ah, okay. Die brauchen schon mehr, ne? Jetzt ist es spannender. Machen wir mehr Spaß als auf Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Nix mehr. Ist auch nix mehr, ne? Nee. Das ist nur zum Schießen. Oh, ist hier zum Schießen. Hier ist wieder Slow. Mo Brü. Oh, hier kann man ja doch runter. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas cooles, neues? Nee. Nö, 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 nö. Gut. Ach, doch. Guck mal. Das habe ich vom letzten Mal gar nicht gefunden. Ich habe immer noch keine Atemanzeige, oder? Unten links. Was ist da? Nee. Hm. Schräg. Sehr, 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 sehr schrägsam. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier ist noch Suppe. Nehmen wir eine Cerveza. So. Können wir hier was machen? Nee. Ach, guck mal. Hier könnte man vielleicht... Ah, ja. Ah, ja. Guck mal. Habe ich auch nicht gefunden. Ah, ja, die Wache. Äh, ich habe Schüsse und Schreie in den... Vom Hauptbüro... Bis hier hinten hingehört. Ach so, die haben hier alle umgebracht. Okay, die Kultisten. Auf einmal. Auf einmal. 100 von diesen Freaks. Ach so, er hat hier oben versucht, das Ganze auszuhalten. Hat sich besoffen. Während die Kultisten hier eingetrudelt sind und alle umgebracht haben. Naja, okay. Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Aber naja. Ist halt immerhin berauscht gestorben. Ist auch mal was wert. So Berry Punch Style. Das ist auch mal was wert. So, hier müsste jetzt laut Vorwissen ein Checkpoint... Na, oder auf Kultisten. Gotcha. Boah, schon wieder Muni, alle. Was geht? Hier ist Survival-Modus an, oder was? Hier wäre auch noch eins gewesen. Da oben noch was drauf. Ja. Bisschen Energie. Und da hinten ist ein Typ. Könnte ich nicht... Sehr schön. So muss das. So nämlich. Ach, warte. Wir haben ja... Ja, hat ja gut geklappt, ne? Jetzt aber. Was muss ich noch üben? Das muss ich noch üben. Kann man eigentlich irgendwo sehen, wo man... Wie viele Waffenteile man hat? Gibt es irgendwie ein Inventory oder so? Nee. Weil ich bin geneigt, zurückzulaufen. Und, ähm... Abzugraden. Habe ich welche gefunden? Ich weiß es gar nicht. Hm. Pass auf, ich save mal. Fix. Und dann flitze ich mal zurück. Da lang laufen halt nicht. Kostet jetzt ein bisschen Zeit, aber naja... Komm. Wir haben ja... Musik ist gerade irgendwie ein bisschen unpassend noch, finde ich. Und die gibt mir auch noch ein bisschen auf den Piss. So. Viel mehr Atmosphäre, wenn hier nichts ist, finde ich. Ah, also doch Fallschaden. Fuck. Das war dumm. Das war dumm. Aber wir können uns ja... So. Ein bisschen heilen. Ein bisschen Oxycodone in die Backen knallen hier. Dann läuft das wieder... Gucken wir mal in Le Garage. Garage ist ja auch ein altes... Ah ja, gut, dass wir hierher gekommen sind. Ach, plus 100, plus 5. Plus 5, cool. Gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Wir haben drei Parts. Wir brauchen... 4. 4. Okay. Arschkeks. Na gut. Oh, gleich fühlt es stimmiger mit der Musik aus, ne? Kann man da oben eigentlich hin? Ne. Aua. Was war das? Der Stacheldraht. Dieser Hurensohn. Glaub es nicht. Hier ist schneller, glaube ich, wenn ich hier hochrenne. Wenn ich die Musik jetzt ganz so runtergedreht habe, ist das... Ne. Okay. Ne. 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 So. Ha. Das ist noch so. Aha, okay. Die kleinen Packen geben immer so ein bisschen. Liegt hier noch was drauf irgendwie? Der Graf von Martin Christo oder so? Nein, okay. Let's go. Ich habe den Film noch nie gesehen, der Graf von Monte Christo. Kennt ihr den? Ich kenne nur den Trailer. Na gut, okay. Äh, 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 äh. So, bevor ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. So. Let's go. Housing. Public Housing. Noch mehr. Da oben ist einer. Mist, daneben. Oh, der könnte zum Problem werden. Habe ich noch. Pass auf. Ich gehe jetzt mal ins Haus erstmal. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Das kennen wir ja noch hier. Crouch Jump, Alter. Oh, ich habe es früher schon so gehasst, ey. Aber, naja, gehört dazu. Und hier gibt es die Doppelläufige. Sehr schön. Bohnen und Bohnen und Bohnen, Leute. Bohnen. Mit Bono. Von U2. Alter, kommt der immer wieder raus hier? Come on, Bro. Ah, ja, geht doch. Jetzt haben wir eine... Doppelläufigen. Ja, aber nicht gerade so viel Muni, ne? Gut, dass die hier eine eigene Muni hat. Da oben ist nix. Ah, du Huren... Hurenviechtyp, Mensch. Ist da noch was? Nein. Wie viel habe ich denn noch in unserer Mauser? Nichts. Scheiße. Das war's. Ah, guter Schuss. Hier ist schon Miniman, ne? Ja, Miniman. Gibt es hier noch was? Ja, so geht es natürlich auch. Ist da noch was? Nein, aber da ist noch was. Das sieht gut aus. Gucken wir nochmal im Wasser, was neu ist. Hep. Oah. Ja, hier ist das Loch, wo man... ...den Schlüssel braucht. Genau, alles klar. Das ist... ...same, same. Items gibt es hier nicht. Hier irgendwie rauf. Ach ja, ach doch. Diesmal schon. In der Demo bin ich nicht so hochgekommen. Also, okay. Wir haben die Sprungintensität verbessert. Intensität. Die Intensität. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Kultisten, wer hätte das gedacht? Erstmal wegrepetiert hier. Repetier-raped. Hier ist nix. Es ist auf jeden Fall weitaus heller hier drin. Also, die Lichter waren letztes Mal nicht hier in der Demo. Diesmal gehe ich hier lang. Hier ist Ausgang. Genau. Okay. Wieso mache ich das? Drei Schuss, Alter. Naja. Was liegt hier? Ah, er hätte nicht so viel Glück. Alles klar. Also, wieder ins In-The-Hole. Andere Seite. Da kommen wir nachher hin. So. Ich speichere immer an mehreren Stellen, weil ich immer noch geschädigt bin von meiner PlayStation 1-Zeit. Wo dann auf der Memory Card manchmal ein Save-Stat korrupt wurde. Corrupted. Korrupt. Er wurde korrupt. Er wurde bestochen. Und dann ging der nicht mehr. Und dann konnte man ganz von vorne anfangen. Aber zum Glück gibt es ja auch Checkpoints. Bin ich ganz froh drum. Hier, fang! Alter, die haben Party da, ne? Burning Man Festival. Ah, da ist ja noch einer. Ah, shit! Hab dich. Was war der denn da? Party. Okay. Anders noch jemand? Da oben. Da, da oben. Da sind wir letztes Mal nicht hingekommen. Hui. So, dann werde ich diesmal nicht den Fehler machen, da alles zu schrotten. Und diesmal hole ich mir mal erstmal... Oh, ich habe keine Munition mehr. Hier noch was. Zehn Schuss. Waffe? Nein. Das ist neu. Ich gucke jetzt mal in the war. Like a fish in the war. Mate. Müsste hier ja laut Demo Munition sein. Äh, Rüstung war hier. Rüstung, genau. Rüstung. Einmal drei. Drei Platten. Ah, erstmal Luft holen hier. Oh, der springt echt hoch. Das ist, das ist neu. Was ist das? Waffenteile. Ich kann zurück... Ne, ich kann nicht zurück. Aber doch später. Es gibt ja diesen Rundlauf, wenn es so ist wie in der Demo. Ja, wir springen weitaus höher. Auf jeden Fall. Magnum Rounds. Sehr schön. TNT-Kiste. Wie zum Fick ist der hier runtergefallen. Ich habe Magnum Rounds gekriegt. Oh, ich freue mich auf die Magnum. Ich freue mich so auf die Magnum. Ich glaube, ich gebe der Magnum einen Namen, wenn ich die habe. Josie oder so. Hier ist auch noch was. Bisschen Suppe. Aua. Doch nicht. 2,6. Ja, die Shotgun bewahre ich mir auch für... Für, für, für... Kettensägen Manfred, falls der hier wieder da ist. So, ich werde... Ich habe gesagt, ich speichere viel. So, kurz rüber. Ja, er nimmt noch auf. Das ist schön. Sorry, falls euch das nervt, aber mich nervt es nicht. So ist es. Oh, da hinten sind Pieps. Schlunz. Schotty. Anderer Kram, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gucke erst mal, weil da ist noch ein Sekret. Äh, Secret. Ja. Hier ist noch Henry. Henry hat auch noch ein bisschen Shotgun-Money. Das kann da hin. Und hier ist... Nein, 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 nein. Diesmal falle ich da nicht nochmal rein. Oh Gott, ich klang gerade wie dieser Cartoon-Heilfisch. Wie hieß der noch? Jabba, 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 Jabba oder so. Der hat immer so... Ja, 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 ja gemacht. In Deutschland hieß der Sharky. Ganz flach und dumm. Vielleicht kennt den ja noch jemand. Der war auch bei Wacky Racers mit dabei. Im All. Eins. Zwei. Acht Schuss. Also die Demo habe ich komplett mit der Mauser durchgerockt. Hier brauche ich schon mehr. Ah, shit, das war dumm. Das war sehr dumm. Aber ich habe ihn noch getroffen. Sehr schön. Das war natürlich alles beabsichtigt. Alles gefolgt. Schnauze. Ah, das bietet sich jetzt aber an. Komm. So. Sehr schön. Ist das da? Kann man da noch irgendwie... Ne, da ist nichts mehr. Okay. Oh, nice. Zwei weg. Hier war nichts mehr. Nein, okay. Gucken, ob hier noch was liegt. Hey. Mach doch sowas nicht. Oh, das Repartier-Ding ist mein neuer Freund. Viel geiler als die Mauser. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. In the pit. Shit. Äh, oder auch nicht. Ich dachte, das explodiert jetzt. Ey. Toll. Wah, wah, wah. Hier haben alle Äxte dabei. Diesmal ist keiner dahinter. Aber diesmal ist hier... Noch ein bisschen, ne? Siehst du. Wie viel haben wir noch? Vier Schuss. Shit. Hier noch was drin. Nein. Hier noch was. Nein. Ja, das war ja auch recht easy gelöst. Einmal auf. Muni. Ist da jetzt einer oder nicht? Letztens hat uns einer, äh... Er hat sich selbst gesprengt, aber... ...noch gut was mitgenommen gehabt. Pass auf, machen wir easy. So. Müssen wir uns da nicht durchknübeln. Ah, ja, das Loch. Ah, ah, ja, das Loch. Hihi. Okay, nochmal. Nochmal. Ein bisschen mehr Wusch. So. Warten wir noch. Locken wir die mal hierher. Ja, genau so. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und wir hier jetzt... Yeah. Oh, oh. Die Stelle war scheiße. Die rennen jetzt alle los. Kommen da alle runter. Ja. Oh, shit. Au, au. Wieder... Oh, oh, jetzt wird's ernst. Okay, jetzt wird's ernst. Bruder. Ja. Deckung, Deckung, Deckung. Durchladen. Woher seid ihr? Zelt rette mich. Das Eisenzelt. Geht. So. Mhm. Bisschen Krams. Okay. Dich irgendwie mitnehmen und Zweck entfremden. Machen wir das mal so. Mh, okay, das war knapp. Mh, die Shotgun hier. Nützt ja nix. Nützt ja nix. Habe ich nicht so schön viel Reichweite wie mit den anderen Sachen. Scheiße, scheiße. Irgendwas dabei. Bisschen Schlotze. Hier war was drin. Das weiß ich noch. Ja, sehr schön. Von Teile. Ich hoffe, ich komme bald mal langsam zurück. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern. 10, 10. 2, 4, 4. Wo ist denn mein... Ah, der ist leer. Ah, das ist gut, dass er die dann gar nicht erst anzeigt. Da muss man sich dann nicht durchscrollen. Gutes Game Design, Leute. Gutes Game Design. Ah, hier oben. Anything else? Nein. Okay. Huah. Nein, doch keiner. Okay. Hätte ich jetzt mit gerechnet, dass hier so ein Shotgun-Assi steht. Ich gucke mal hier. Zack. Gut. Das ist das. Das ist das. Da ist... Nein. Nein, nein, nein. Das ist so nicht gewollt. Okay. So. Hm. So mag ich euch am liebsten matschig. Oh, fuck ich. Ja, hier war doch, hier war doch. Warte mal. Hier waren recht viele, ne? Oh, doppelt. Kommt ihr? Ach, ich konnte ihn durch die Skischarte hier erwischen. Nice. Hi. Ciao. Das lief gut. Noch mehr Leichen, ja. Braucht man ja auch. Das ist doch ein Kult ohne Leichen, ne? Das ist doch kein richtiger Kult. So, jetzt schauen wir mal, ob es stimmt mit dem Secret Area. Lalalala. Gucken, was jetzt passiert. Das kann jetzt ein bisschen dauern. 50 Mal soll man das machen. Hä? Waste of resource. I decided to switch all of the matches instead of voxels. In the first demo I accidentally left a couple of voxel tents behind and apparently everyone noticed. Anyway, this tent's not... Ach, witzig. Was? Gab das ein... Das gibt ein Achievement. The deepest shame. Gab's noch mehr? 50 Mal? Ah ja, okay. Das ist ein versteckter Text. Interessant. Interessant. Naja, ich will mich nicht beschweren. Achievement ist immer cool. Was wir auch lange nicht mehr gemacht haben. Genau. So, bin ja mal gespannt, wie lange das Kapitel geht. Das erste Tag. Achso, das ist vom Feuer, ne? Ich dachte, das wäre jetzt so ein Explosiv-Fass nochmal extra und neu. Wo denn jetzt? Was? Wo? Da oben. Nice. Bevor wir uns wieder die Pfoten verbrennen, wo fliegt der hin? Ja, auch gut. Noch eine. Da noch irgendwo irgendwas zum Einsehen? Nö. Da liegt noch was. Ja. Ich... Ich hab's noch gesagt, ne? Ich hab's noch gesagt. Ein bisschen hochheelen, ey. Bevor wir uns wieder verbrennen. Ja, natürlich. I jinxed it. Jetzt kommt die Fleischhöhle. Righty, right, Lois? Ach, da waren wir auch gerade. Jetzt weiß ich nämlich auch wieder, wo das ist. Das ist nicht über dem See, wie ich in der Demo meinte. Das ist, wo es runtergeht ins erste Loch. Wo wir die Leute gerade mit dem Fass geplättet haben. Also haben wir hier alles. Ja, jetzt kommt das Fleischloch. Was jetzt noch anders aussieht. Ich hab mir noch mehr Leichen vorgepackt. Jetzt will ich aber erst mal bevor hier irgendwie was passiert so will ich erst mal gucken, was hier so ist. Ah ja, okay. Haben wir ja nichts verpasst. Ja, dann... Let's go. Ja, 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 ja. Wir haben geübt. Wir kennen die Demo. Kann man jetzt hier vielleicht... Schädel. Viele Fässer. Schlüssel. Ja, kennt man ja noch alles. Was finde ich die? Die kann man auch nicht töten. Okay, das ist mir neu, dass da Matsche drin ist. Aber die kann ich doch auch... sehr schön. Okay, die... sammeln also Blut. Oder... Gedärm. Ja, Gedärm. Wofür? Wofür? Okay. Zack, weg damit. Zack. Zack. Na? Okay, ja. Logisch, dass die jetzt nicht runterfallen. Lecker. Wir nehmen... Was haben wir denn? Hier sind sechs Schuss drin. Das ist mir zu wenig. Hier sind 20 drin. Ja, wir bleiben bei dem Boomstick. Ich weiß nicht, wie stark der Typ jetzt wird. Ähm... Wir machen mal so. Wir nehmen ein bisschen... Ja, steht dasselbe drin. Okay. Wo ist er? Ja, die machen ja nicht viel. Ja, da ist er. Wo ist er? Da. Redneck Zombies von Outer Space. Huh. Okay. 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 Das ist fein. Oh, ein dicker Möppi, ne? Okay, das war Kettensägen Manfred. Manfred. Kann ich die nicht auch damit? Das ist doch viel besser. Ach, die explodieren. Okay. 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 Das ist alles neu. Mach mal auf hier. Gib mal den. Vielen Dank. Huh. Checkpoint. Danke. Da sind schon wieder Mofos. Das ist alles. Ah. So. Können wir den auch wegpacken. Drei Schuss. Ein bisschen wenig. Recht viel Schrotin, ne? Ist oben noch was? Nein. Dann tauchen wir erst. Hier ist noch Money. Das ist gut. Oh, 20 Schuss sogar. Sonst nix mehr, ne? Hinterm Wasserfall. Ein Brief. Hinterm Wasserfall. I put my stuff back here so no one would mess with it. I thought behind a waterfall in a perfect place to hide. Ja, natürlich. Als wenn da keiner drauf kommen würde in einem Videospiel. Putting stuff behind waterfalls these days. Oh Gott. Ja, lol. Hart getrollt. Gut getrollt, Entwickler. Gut getrollt. Yep. Gut getrollt. Wir haben noch ein bisschen dies, ein bisschen das. Das mache ich jetzt nicht. So, und jetzt können wir ja eigentlich upgraden und abhauen, ne? Würde ich mal sagen. Dann haben wir den... Oh. Dann haben wir den ersten schon. Fein. Tag. Hier killen sich hier alle selber. Noch mehr? Nö. Ich gehe zurück und grade erstmal ab hier. So viel Zeit muss sein. Ist zwar jetzt ein bisschen langweilig, aber ich weiß nicht, was im nächsten Level kommt. Also. Also, also. Vielleicht finde ich auch noch ein bisschen Heilung unterwegs. Oder ich renne wieder in Stacheldrähte. So. Fünf Parts. Ja, mehr... Der hat uns eigentlich besser. Oder ne Shotgun? 0-0 Bugshot. Warte, was bringt das? Damage. Das erste ist immer Damage, ne? Achso, ich kann auch die andere nehmen. Was macht der? Schnelleres Nachladen wäre natürlich bestens, ne? Mehr Muni. Ein schnelleres Nachladen. Slow Motion. Das ist schnelleres... Ne, mehr Muni. Hm. Genauer. Burst Fire. Was hat der? Knockback. Bowls for Muni. Okay, das macht mehr Abstand. Hm. Ist alles nicht so... Komm, wir machen uns nen fetten Boomstick machen wir uns. So. Schön mit Schaden. Dann sind wir ja nicht auch schon durch. Hm. 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 Joinks. Ich hab das mit dem Schild unten links noch nicht so richtig, äh... herausgefunden. Also unten ist Panzerung oder oben das Blaue. Das weiß ich jetzt nicht so. Ausdauer scheint er nicht zu haben. Ich bin mir da noch unsicher, was das ist. Oder ist das beides? Achso, das Rote ist vielleicht Leben. Und das Oben, die Blaue, äh... ist Panzerung? Muss ich nochmal sehen. Mal drauf achten, wenn ich demnächst Panzerung finde. Ich würde sagen, ich würde sagen, das war's, ne? Level 1. Ja. Let's go. Was haben wir denn? Alle? Nice. Was? Okay, aber ich bin schneller durch als beim letzten Mal. Gut, dann mache ich hier eine Pausé. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Level. Bis denn. Dann... ... ...